Guten Tag, verehrte Damen und Herren, es ist mir eine Ehre, an diesem epochalen internationalen Forum teilzunehmen. Ich bin dankbar für die Möglichkeit, Menschen in aller Welt zu erreichen, Sie, meine lieben Freunde. Ich stimme unseren verehrten Rednern zu. Unsere klima- und geopolitische Situation ist sehr akut. Selbst in meinem Heimatland, den USA, bricht die Wirtschaft rapide zusammen. Die Rekordinflation frisst unsere Löhne und unsere Ersparnisse auf. Immer mehr Menschen verlieren ihr Obdach, weil sie ihre Miete nicht mehr bezahlen können. Denken Sie nur daran, dass die Kinderarmut in den USA der Zeit in einem noch nie dagewesenen Ausmaß zunimmt. Mein Herz schmerzt, wenn mir bewusst wird, wie viele Kinder heute hungrig zu Bett gehen werden, und morgen werden es noch mehr sein, denn die Situation wird nur noch schlimmer. Und das alles in Amerika. In Amerika gehen die Kinder hungrig ins Bett. Wir befinden uns nicht irgendwo in der dritten Welt. Dies geschieht bereits hier, in den Vereinigten Staaten. Und das, obwohl wir ein sehr entwickeltes Land sind. Und wir fühlen uns in unserem eigenen Land nicht mehr sicher. Wenn unsere Kinder zur Schule gehen, hat jeder von uns Angst, und wir beten, Herr, lass ihm dort nichts passieren, und wir hoffen, dass es lebend nach Hause kommt. Die Polarisierung der Gesellschaft hat ihren Höhepunkt erreicht. Wir sind gespalten und gegeneinander aufgehetzt. Wir haben Angst vor unseren eigenen Nachbarn. Und all dies geschieht zu einer Zeit, in der wir uns zusammenschließen müssen, weil das Klima uns Amerikaner und unser schönes Land von der Erdoberfläche ausradiert. Die Bedingungen, in denen wir uns befinden, lassen uns keine Wahl. Wir können nicht länger tatenlos zusehen und hoffen, dass sich dieser ganze Albtraum wie ein schlechter Traum von selbst verschwindet. Er wird nicht verschwinden, und wir werden dem unvermeidlichen Ende entgegensehen, wenn wir nicht gemeinsam handeln. Es ist das erste Mal, dass sich die Menschheit in einer solchen akuten Situation befindet. Daher brauchen wir einen neuen Handlungsplan. Die bestehenden Programme werden uns nicht retten. Soll ich Ihnen ein Geheimnis verraten? Uns Politikern selbst wird es übel, wenn wir unsere Agenten verlesen, aber wissen, dass diese nicht funktionsfähig sind. Wie lange können wir uns im Kampf um ein Amt noch gegenseitig mit Schlamm bewerfen? Wir haben jetzt keine Zeit für diese politischen Spielchen. Was wir jetzt alle brauchen, ist ein wirklich funktionierendes Modell, das eine gespaltene Gesellschaft eint und das Unbesiegbare, ich meine damit das Klima, besiegt. Denn egal, wie oft wir gegeneinander ausgespielt werden, wir haben alle denselben Feind, nämlich das Klima. Es ist an der Zeit, dass wir alle, die ganze Gesellschaft, erwachsen werden und aufhören, träge zu sein. Der Preis für unsere Untätigkeit sind Menschenleben, unsere Leben. Ich bin ein Amerikaner. Ich bin in Amerika aufgewachsen. Wer ich heute bin und was ich erreicht habe, verdanke ich meinem Land, den Menschen in diesem Land, meinen Eltern und meinen Lehrern. Es ist an der Zeit, meinem Land etwas zurückzugeben, das dringend eine neue, schöpferische Form der Politik braucht. Aber in erster Linie bin ich ein Mensch, ein Bewohner unseres gemeinsamen Planeten Erde. Wir sind alle Bewohner dieses Planeten. Wir sind mehr miteinander verbunden als die Menschen eines Landes. Wir sind durch einen unsichtbaren Faden der Menschlichkeit verbunden. Diese Qualität zusammen mit unserer Entschlossenheit und Beharrlichkeit wird uns helfen, die kreative Gesellschaft in der ganzen Welt aufzubauen. In diesem Sinne möchte ich Ihnen mitteilen, dass ich beschlossen habe, mir ein paar Monate Zeit zu nehmen, um zu entscheiden, ob ich 2024 für das Amt des Präsidenten der Vereinigten Staaten kandidieren werde. Diese Entscheidung werde ich zum 1. Januar nächsten Jahres treffen. Die Grundlage meines Wahlprogramms, sollte ich mich für das Kandidieren entscheiden, wird die Verwirklichung des Aufbaus der kreativen Gesellschaft sein. Denn nur die Implementierung der acht Grundlagen der kreativen Gesellschaft in der Verfassung wird ein sicheres, stabiles, komfortables und glückliches Leben für alle Menschen garantieren. Sie werden fragen, warum genau acht Grundlagen? Ich reise oft durch Amerika und spreche mit Wählern und glauben Sie mir, alles, was Sie wollen, ist bereits in den acht Grundlagen niedergeschrieben. Denn diese Grundlagen wurden von den Menschen selbst festgelegt und ich bin für das, was die Gesellschaft wählt. Sehen Sie sich diese globale Krise an. Es liegt auf der Hand, dass die kreative Gesellschaft die einzige Chance ist, eine wirklich schöne Welt für alle zu schaffen. Eine Welt, von der jeder von uns träumt. Egal wie großartig Amerika ist, wir können das Klima nicht allein besiegen. Um diesen gemeinsamen Feind zu besiegen, müssen wir, wie gesagt, alle Unterschiede vergessen, aufeinander zugehen und gemeinsam das schöpferische Format der Gesellschaft wählen. Ich werde bis zum Schluss für die kreative Gesellschaft eintreten und wenn ich gewinne, wenn ich mich entscheide, 2024 für das Amt des Präsidenten zu kandidieren und ich glaube, das werde ich, werde ich alles tun, damit die kreative Gesellschaft aufgebaut wird. Nicht nur in den Vereinigten Staaten, sondern auf der ganzen Welt. Noch eine Sache. Sie können sich auf mein Wort verlassen. Ich werde sowohl Putin als auch Xi Jinping an einen Tisch bringen und sie werden die kreative Gesellschaft unterstützen. Und gemeinsam werden wir unseren Planeten sicher retten. Möge Gott jeden von ihnen auf der ganzen Welt segnen, die dieses Forum heute verfolgen und möge Gott auch weiterhin die Vereinigten Staaten segnen. Das war es! Untertitelung des ZDF, 2020